Halt! Ein Scharfschütze! War das nötig? Wieso haben Sie ihn getötet? Weil Sie niemandem als Geisel nützen. Für Dong Lim im Ernst? Oh! Sollten Sie das ablehnen, gehen wir davon aus, dass Sie Dong Lim sind. Es kommt alles ans Licht, auch die Funktion von Chill. Setzen Sie eine Personenüberwachung an, rund um die Uhr. Ermitteln Sie etwa gegen mich oder was? Unterstehen Sie sich! Wir müssen da rein! Versperrt Ihnen den Weg! Ich denke, Sie sind Dong Lim. Den genauen Standort! Die Wache runter! Sie kommen hier nicht wieder lebend raus. Das war's! Das war's! Das war's! Vielen Dank.